Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, in der vergangenen Woche ist unser Projekt Masterplan Innenstadt mit einer Auftaktveranstaltung der Arbeitsgruppe gestartet. Jetzt sind Sie gefordert und wir brauchen Ihre Hilfe. Über unsere Homepage können Sie selber sich aktiv einbringen und Ihre Ideen, Visionen und Vorstellungen von einer belebten, einer beliebten Innenstadt uns an die Hand geben. Das geht relativ einfach. Wie Sie sehen, haben wir hier eine entsprechende Mitmachkarte. Viele haben auch schon dort mitgewirkt, die ersten Eintragungen vorgenommen und dazu möchte ich Sie herzlich einladen. Sie können eigene Marker setzen, eigene Wünsche, Ideen uns dort wiedergeben. Sie können aber auch beispielsweise die Ideen, die andere dort schon formuliert haben, betrachten. Hier geht es um unsere Veranstaltung, die sehr gut ankommt. Sie können es kommentieren, Sie können es liken oder auch mit dem Daumen runter sagen. Da haben Sie eine andere Meinung dazu und Sie sehen, nicht nur Positives, auch Themen, die die Bürger stören, interessieren uns. Auch das ist sicherlich ein wichtiges Thema und vieles, vieles mehr. Machen Sie davon Gebrauch. Wir bauen auf Ihre Meinung, auf Ihre Vorstellung, damit wir gemeinsam dann hier unsere Innenstadt weiterentwickeln können. Diese digitale Mittelmarktkarte ist noch bis Ende des Jahres freigeschaltet. Ich baue auf Sie. Wir freuen uns, wenn Sie sich beteiligen. Bis dahin Ihnen alles Gute, beste Grüße, Ihr Bürgermeister Benjamin Chessrock.